Was ist mit Aria? Sie schmollt wegen dem Herzen von Ancaria, aber das ist nicht deine Sache. Deine Aufgabe ist es, Zane aufzuhalten. Hier geht's los. Auf der Insel Vorios. Dort liegen die Überreste legendärer Zafiri-Helden, beschützt von einem ruhenden Vulkan. Äh, ich unterbreche nur ungern, aber er ruht nicht mehr. Die Natur scheint auf den Verlust des Herzens zu reagieren. Und Kartells Männer sind im ganzen Land auf Plünderzug. Dann sollten wir es ihnen so richtig schwer machen, oder? Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, euch in Kartells Nähe abzusetzen. Aber wenn ihr der Spur der Zerstörung folgt, dann findet ihr ihn gewiss. Leider. Oh nein! Sieht nur, was er mit diesem Bauernhof gemacht hat. Ganz zu schweigen von den Zafiri, die in panische Angst fliehen. Ihr müsst etwas unternehmen. Wir fackeln unsere Bauernhöfe jedes Jahr ab. Aber nur, weil es extrem kalt ist. Geh nah ran und nagel den Typen. Fest, so heiß. Seht ihr diese kleinen Dinger? Das sind Bomben. Ihr müsstet sie auf den Feind werfen können, aber seid vorsichtig. Das gefällt mir. Zerstörung! Tod! Genau was ich mag! Zu schade, dass ihr mir das nicht gönnen wollt. Gute Arbeit bei der Rettung des Hofs. Aber Kartell ist hier noch nicht fertig. Wir müssen herausfinden, was er sucht. Gefallen sie euch? Ich hab sie den ganzen Weg von Halios für euch hierher gebracht. Und jetzt dürft ihr den Einfuhrzoll bezahlen. Gefällt mir. Gib's mir! Dort oben auf dem Berg müsste ein Dorf liegen. Ich wette, Kartell will dorthin. Der Vulkan, äh, er bricht aus. Aber die Lava ist keine große Gefahr. Die Erdbeben jedoch schon. Gebt auf euch acht. Ach, das ist ein Erdbeben? Und ich dachte, das wäre die Wirkung des Verliebtseins. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Das Erdbeben. Nicht Kartell. Er jagt die letzten Überlebenden aus dem Dorf. Das Erdbeben. Sexy! Barrikaden. Zu schade, dass sie die nicht hatten, bevor Kartell aufgekürzt ist. Bei uns sind die Barrikaden außerhalb des Dorfes. Und ich bin dreifacher Meister im Hürdenlauf. Heiß! Hm, hm, hm. Ich glaube nicht, dass ihr durch diese Tür kommt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie ihr da wieder rauskommt. Ehrlich, unterhaltet mich. Ich hasse es, wenn er recht hat. Aber dieser Elite-Soldat könnte einen Schlüssel bei sich haben. Da ist der Schlüssel. 1 zu 0 gegen schwache Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe den Schlüssel zu deinem Herzen gefunden, Baby. Ich kann es nicht schützen. Ich würde schon mal kurz vorsehen. Letz uns wieder. Was das? Nette Aussicht auf Kartells Ziel. Die alten Zafiri-Ruinen? Aber die Beute ist doch hier im Dorf. Hm, hm, hm. Oh, ja, 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 ja. Gut gemacht! Also, meine Mutter sagt immer, dass Berge aus Gold und Flüsse aus Silber in den Ruinen verborgen sind. Zumindest scheint so mancher das zu glauben und Kartell scheint einer von ihnen zu sein. Ich möchte in die Flüsse deiner Augen eintauchen. Ach, Mist. Das hat irgendwie nicht gepasst. Wenn ihr nur vorher herausgefunden hättet, wohin ich unterwegs war. Viel Erfolg bei meiner Verfolgung. Ich will ihn einfach nur erledigen. Oh, seht mal, rechts neben dem Tor. Diese kleinere Tür ist verschlossen. Meint ihr, er hat den Schlüssel einem seiner Elite-Soldaten gegeben? Hm, was er hat den Schlüssel? Wie nextel ist was die Läulinge? Samit für concern ist das Läulinge? м Noch einmal Wow, wer lässt Bomben auf uns fallen? Da, dieser Elite-Soldat. Besiegt seine Männer, dann kämpft er vielleicht auch selbst. Das hat geklappt. Jetzt kann er sich hinter niemandem mehr verstecken. Hoffen wir, dass er den Schlüssel hat. Oh, nein. Oh, nein. Stop! Gib's mir! Erledigt! Probiert den Schlüssel an dieser Tür aus. Lasst uns Kartell überraschen. Na toll. Genau das, was wir brauchen. Noch eine Eruption. Das wird ein harter Ritt. Überlass das lieber den großen Jungs. Aufgepasst! Der Vulkan fackelt nicht lange. Ich bin heiß auf dich, Baby. Ihr habt es geschafft! Ich hab mir auch gar keine Sorgen gemacht. Naja, nicht viele. Raus aus der Lava, hinein in die Fallen. Der Tiefhalle hat euch nicht einmal ein kleines bisschen ausgebremst. So langsam verderbt ihr mir den Spaß. Ich muss mehr Männer schicken. Erinnert ihr euch noch an den Feuerregen? Er ist wieder da. Erinnert ihr euch noch an den Feuerregen? Erinnert ihr euch noch an den Feuerregen? Feuerregen nachturnen. Erичего sus, ihr geht nicht? Erinnert ihr euch noch an den Feuerregen? Erinnert ihr euch noch an den Feuerregen bei dir crush? Erinnert ihr euch noch Biggeräusche? Việtzić honoriert ihr euch noch ganz klar. Erinnert ihr euch noch an decisiv zu ihr zu verraten und wollen euch fortal vezesten meine Drucken und die Feuerregen für hood gek mummer? J Enerci shooter bes vas VIP und das ist er spreng upset. Erinnert ihr euch fließt. Ach, Baby. Bremsen meine Männer euch aus? Und ich hab fast gedacht, dass ihr eine Chance hättet, als erste die Schatzkammer zu erreichen. Ruhig bleiben, Arya. Klar, er hat Leute versklavt, sie aus ihrem Zuhause vertrieben, aber Evelte noch bekommen, was er vertritt. Da kommt einiges auf ihn zu. Die Ruinen. Das muss eine großartige Stadt gewesen sein, bevor sie vom Vulkan zerstört wurde. Verdammt, zu spät. Ich schätze, ihr könnt nicht einfach durch diese Lava-Wand laufen, um ihm zu folgen. Das gefällt mir. Das geht... Ja, ha! Eil zur Schatzkammer, bevor Kartell einen Notausgang findet. Ich habe keine Angst, dass die Schatzkammer zu verab Schatzkammer sehr gut gemacht. Kartell ist definitiv gewachsen Das bin ich nicht Wisst ihr was? Wenn ihr den Schatz so sehr wollt, dann nehmt ihn euch Ich bin weg Ach, er hat eine Art antiken Wächter geweckt und überlässt euch den Kampf? Feine Geste, Kartell Was auch immer ihr gerade macht, macht damit weiter Die Hälfte habt ihr, hoffe ich Ich hab ein gutes Gefühl Das gefällt mir Er ist Geschichte Wieder Und der Schatz gehört jetzt uns Arya, wir sind keine Diebe Dieser Schatz gehört dem Volk der Zafiri Und wir werden uns nicht daran vergreifen, oder? Tut mir leid Ich hab mich hinreißen lassen Das Kartell mit leeren Händen geht, muss reichen Für den Augenblick Tschüss Ja Das war's für heute. Das war's für heute.